Handbremslöse, erste Gang rein und dann fahrt er vorsichtig los. Genau, jetzt muss ich die Leute warnen, sonst laufen die mir ins Gleis. Ich möchte ja nicht umfahren. Es soll mehr Auto fahren als Zug fahren. Ja, es sieht aus wie ein Auto und fährt sich also wie eins. Ist das in Deutsch? Nein, ich fahre drauf, aber das erkläre ich gleich nochmal. Kupplung, Bremse, 4-Gang-A-Schaltung mit einem Rückwärtsgang. Nur Gas geben tue ich hier mit dem anderen Gas. Und das darfst du jetzt gleich mal bedienen. Wie heißt du? Sophie. Also die Sophie wird uns jetzt mal fahren. Ohhhh! Nicht anknallen! Ja, der nicht. Kein Zutraut zur Topf. Nein doch! Wir können so mit der Motorräder... ...hier... 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 ...da ist so ein Riegel. Wenn der das reinmacht, dann geht dieses Signal da, das dreht sich dann um. Guck, jetzt hat sich's umgedreht. Das heißt, man kann fahren, aber ich muss noch warten, bis er mir den Befehl gibt. Mit der Winkelscheibe! Super! So. Fahrnbremse lösen. Fahren wir erstmal ganz vorsichtig da runter. Gell? Das ist ganz schön hekt, schon noch feuchtbar. Ich ernehm, wo ich da noch. So. So. Jetzt geht den Ebel mal ein bisschen runter. Runter? Runter. Runter. Oh, dann ist das Wetter los. So. Und den können wir mal zusammen gucken, ob es... Noch einer! Noch einer! Noch einer! Noch einer! Ja! Das ist schnell! Ja! Ja! Da bis nach unten in den Bahn! Da ist ein Abschluss da, da müsste er halt machen. Ja! Ja! Aber da ist ein Napschleifal. Ja, 5 Mal nachts. Ja. Ja, da müssen wir noch wissen. Bis dahin runter. Das ist das W. Wer hat der HALTScheibe. Also wenn ich jetzt weiter fahren will, müsste ich jetzt da oben anrufen und sagen, was ich will, wo ich hin will.